Ja, ich hätte dich gar nicht verdächtigt. Ja, eben. Also, ich fand die Runde schön. War lustig, war lustig. Für mich war die Runde schön. Alter, wie sie alle nach links gegangen sind, oder? Wirklich so, alle? Und dann laufe ich runter und keiner ist mehr da. Ja, ich habe beide gefunden, ey. Nice. Alter, wo sind die denn alle? Ey, wir müssen mal langsam was killen hier, ne? Oh, das ist Hahn. Soll ich Hahn töten? Das Hahn tut mir leid, ey. Der stirbt immer als erstes. Ich kann nicht Hahn töten. Es tut mir zu leid, wenn Hahn wieder stirbt als erstes. Patsy schon wieder? Aha, Vengard, diesmal versuchst du, umzudrehen. Ja, also, das Problem ist dabei, Vengard, dass ich mit Pia zusammen in Specimen war, beziehungsweise aus Deacon kam. Du jetzt in meine Richtung läufst und umdrehst. Das ist halt super anlaglich für dich. Ja, ich habe Patsy einfach schon wieder beim Killen erwischt. Er hat einfach genau wieder reingelaufen. Genau als er gekillt hat. In Labs, ey. Von wo bist du reingelaufen? Von links. Ach, komisch. Weil, also... Warum? Ne, finde ich krass, dass dein Teleskop bei dir ganz links ist im Lab. Warte, wieso mein Teleskop? Was habe ich denn mit meinem Teleskop zu tun? Ja, weil du vor Richtung Teleskop kamst und da gerade auf Pias Leichertal auflaufen bist. Ja, von links. Eine andere Sache. Warte, Pia ist Peachy oder...? Ne, Pia ist Pipi. Pipi. Aber Peachy war doch gerade unten links noch ein Autor, kurz bevor ich rausgehe. Richtig, richtig. Richtig. Und der andere ist wahrscheinlich Tim Horus. Hätte ich jetzt auch gesagt. Weil wir sind alle hochgelaufen von unten nach Autor direkt zu Light und der einzige, der von rechts dann reinkam, weil das Light gefixt war, war halt Tim Horus. Light bestimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Nicht? Ich kam von rechts. Ich kam von rechts. Nein, Lachen ist gut, weil ich lache immer, wenn ich Leute enttappe so schnell. Äh, Peachy nicht wahr. Ich kam aber auch von rechts rum, glaube ich. Ich bin auch als Lost. Wieso seid ihr alle rechts rumgelaufen? Ich meine, was meinst du rechts? Was meinst du rechts? Lights ging raus. Pass auf, Lights ging aus und da wollte ich gerade in Coms. Dann ging Light raus und hab gesagt, komm fixst du nur eben Lights. Und dann hab ich halt gefixt. Ich glaube Simon hat gefixt und ich kam da. Ja, ich bin von rechts gekommen beim ersten Mal, als ich mit Romatra noch im Storage war. Und dann hab ich gemerkt, ich hab gar nicht die Benzinkanister, ich geh mal wieder zum Licht. Also ich glaub, ich glaub auch, dass es Tim war, weil ich glaub, die Leiche ist unten links. Irgendwo Wasserräder, Benzinkanister, äh, nicht Benzinkanister, sondern dieses Auffüllding. Ich glaub da ist es. Tim, wo stehst du gerade? Du stehst gerade Camps, oder? Ich bin Camps, ja. Wir sind direkt schon beide aufgeflogen, Alter. Genau, genau. Zweite Lights sind alle von links gekommen, außer Tim, der auch mit uns unten bei den Wasserrädern war, der ist außen rumgelaufen und ist dann von rechts reingelaufen. Obwohl er einfach von uns hätte links hochlaufen können. Ich bin weiter zu meiner, zu meinem letzten Wasserrad nach den unten, weil ich dachte, es fickt eh einer. Bring's, bevor jetzt... Nee, das ist so schnell hochgerannt. Feel free to vote as vote, ne? Also ich hab kein Problem mehr mit Benzinkanister. Ich hab auch nichts. Ja. Ich weiß, dass du einfach bis zu 100 Prozent machen. Ja, ich hab erstmal rot gevotet. Und dann ist die Frage, gelb oder türkis? Gelb. Wait, what? Ja, Ham, du kannst genauso gut im Peachy getötet haben. Ja, aber sonst will ich das doch nicht anbringen. Traut sich jetzt keiner Parti zu voten wieder. Ja, ist richtig. Du hast mich doch gevotet. Nee, also 1 und 3 in Peachy getötet, oder wie haben wir das... Oh. Hallo. Ja, ich muss auf jeden Fall ein Dingens machen hier. Aber wie viele Sekunden haben die denn den Kill Cool... äh, den Alert? Das weiß ich leider gar nicht. Wie viele Sekunden die das haben. Das ist ja eher das Problem da dran. Wo? Mal einen mitnehmen, ne? Links beim Reaktor. Also quasi da, wo der Wend war. Okay. Ja, es wäre für Harley jetzt auch blöd, die Likes zu reporten, wenn er eben schon zusammen mit Tim... Deswegen glaube ich eher Tim. Also mir reicht die Gnizien. Warte mal. Welcher Tim jetzt erstmal? Ja, Tim Horus. Ich nicht. Was? Ich war gerade rechts, hab auf die Hand gedrückt. Ja, du warst rechts, nachdem du gewendet bist. Nein, es ist nichts passiert. Und links hat anscheinend nicht auf die Hand gedrückt, so. Naja, Tim. Aber auf jeden Fall splitten wir nicht. WTF. Ich stehe da gerade schon. Wir hätten gerade eben flippen können. Original 10, 15 Sekunden. Und der, der links war, hat nicht gedrückt. Es waren die ganze Zeit 0 von 2, es war jetzt kurz von Ende 1 von 2. Also original 10 bis 15 Sekunden, Tim mit Unge, das müsstet ihr ja sagen. Das ist eine Lüge, das ist eine Lüge. Das kann gar nicht sein. Das ist eine Lüge von Tim. Wir können Tim voten, da sind wir fertig mit der Runde. Nein, nein. Wir sind nicht, wir sind nicht fertig mit der Runde. Mein Vengard muss auch noch rausgeflogen sein. Ob es jetzt 10 oder 8 Sekunden war, so. Ich bin von Lifeline hochgerannt, rechts. Und ich stand die ganze Zeit da und hab die Hand gedrückt. Naja, also ich sag mal so, ich hab's vom Office links raus noch nicht mal über comms geschafft und du willst schon 15 Sekunden nach dem rechten. Ey Leute, wir müssen aber trotzdem zuerst Partsy buchen. Ich bin Lifeline gegangen. Nee, nee. Wohnt auf gar keinen Fall Partsy. Der ist safe. Ich bin von Lifeline hochrecht gegangen. Ach, Vengard ist überhaupt nicht rausgeflogen. Nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht. Wir können jetzt nicht klippen. Wir können jetzt nicht klippen. Wir können jetzt nicht klippen. Nee, wir können jetzt nicht klippen. Nee, wir können jetzt nicht klippen. Nee, wir können jetzt nicht klippen. Also Vengard versucht auch so gegen Partsy zu schießen, weil er weiß, dass er seinen Kollegen beschützen will. Ja, ja. Warum hast du nicht auf die Hand gedrückt links? Jetzt nehmen wir mal die Leiche Lack da halt schon. Richtig. Wie soll ich denn da auf die Hand drücken? Willst du mich jetzt hier gar nicht sagen? Ich worte jetzt mich, oder? Na, ich werd ja ... Vielleicht haben jetzt drei Leute Tim gebrotet. Ich soll nur eine immer ordnen. Ich glaub, ich muss mich worten. Vielleicht gehen wir noch Gleichstand. Ach, schade. Warum keiner links die Hand drückt? Das frag ich mich. Ich werde vor meinen Crewmates im Stich gehabt. Nee, wir hätten vielleicht doch einfach Tim oder Vengard drücken sollen. Ja, ja. Nein, Partsy! Nein! Das ist beide du. Lass mich mal kurz gucken, wie viele Sekunden das sind. Okay. 20. Also so ungefähr bei 5 Sekunden machen wir den Alert. Welchen machen wir denn? Ich muss einen töten, bevor die den Alert fixen. Nein! 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 Wie schnell haben die den Alert gefixt? Das kann doch nicht sein. Zwei Sekunden mehr. Komm scheiß drauf. Come on! Das ist mehr deutlich verdächtiger als Vengard. Echt? Ja. Aber wir wissen ja erst einer, also das Vengard oder Partsy. Einer von den beiden ... Zwischen uns beiden ... Ich fühl mich so verarscht. Also bei Tim, die Sache ist, bei Vengard und Partsy sind wir sicher, dass einer von denen es zumindest sein muss. Richtig. Richtig. Aber bei Tim ist halt kein Flip dabei, weil ich einfach nur weiß, dass es Tim ist. Weißt du was? Aber nur du weißt das. Woher, Alter? Das ist sowas von aus der Nase. Nee, zu spät. Du bist schon gevotet. Aber das weißt nur du. Ich weiß ja zum Beispiel auch, dass Partsy safe einer ist. Und dann glaubt mir ja auch keiner. Weißt du, was das Problem ist? Ich hab mir gerade die Vots angeguckt und Partsy hat Tim gevotet. Ja. Sprich, entweder ist es Tim oder ist es Partsy. Aber wieso beide? Wieso beide? Wieso beide? Weil du ein Imposter bist. Warum soll ich nicht gevotet? Nein. Alter, ihr habt nicht mal Evidence so. Also ... Doch, doch. Du hast Pidgey umgebracht vorher. Slides aus war das zweite Mal. In der allerersten Runde. Doch, das ist passiert. Ich sag dir, wie es ist. Das hab ich nicht gemacht. Ey. Ich denke, das hast du tatsächlich doch gemacht. Ich wollt mich jetzt selber, aber mir keiner glaubt mit Partsy. Oder ist ein Hahn und Partsy. Ich sollte mit Romata auf jeden Fall ins Oktagon gehen. Ich hab auch Partsy gevotet. Was? Achso, ja. Was denn jetzt? Wir wollten jetzt erstmal Tim. Spaß. Oh, shit, Alter. Hast du mich erwischt? Ich bin gerade so verwirrt. Oh mein Gott. Ihr werdet verlieren. Oh mein Gott. Scheiße, Alter. Das war's. Mann, das waren zwei Sekunden. Wie schnell haben die denn diesen scheiß Reaktor gefixt, Alter? Zwei Sekunden mehr, ey. Fuck, Mann. Fuck. Ich kann nix machen. Ich bin ja so sass, ne? Bamm, 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 Leute. Hahn, du auch?! Nein, 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 Pass auf, Vengard hat gerade vor meinen Augen umgehauen. Ich glaube, es sind noch zwei Imposter da? Nein, sinds nicht. Hä? Hahn? Wir haben mit Tim ziemlich sicher recht. Ich bin unten ins Specimen. Ich dachte halt, dass Vengard mir jetzt hinterherläuft und versucht, vor mir zu töten, aber wenn du ihn auch killen siehst... Ja, aber wieso, pass auf, wieso sollte Vengard, er hat wirklich vor meinen Augen getötet? Wieso soll ich das machen? Hab ich ja eben nicht. Also, Vengard ist definitiv der eine. Okay, warte, bevor er votet. Nein, Vengard sind Zahn und Parsi. Dann sind Zahn und Parsi. Ja, kann ich dir sagen. Bei Parsi ist für mich jetzt safe, weil Tim Horos ist es wahrscheinlich gewesen, weil er hat ihn gevotet. Vengard hat gerade vor meinen Augen getötet. Da ist meine Frage, wieso würde er es machen? Weil er hat mich vorher schon gesehen. Ich hab links den Reaktor gemacht. Nein, ich hab den gemacht. Nee, du kamst viel später an, Alter. Naja, ich sag mal, so oder so ist egal. Zahn und Parsi locker. Oh, scheiße, ich war muted. Ich war muted, sorry. Ich finde das jetzt auch sehr suspekt, dass Han jetzt einfach, Vengard, ja. Nein, nein, warte, warte, warte. Die Sache ist, noch vor einer Sekunde war ich bei Timit. Das heißt, Timit ist wirklich gerade vor einer Sekunde gestorben. Kann Han Pichi getötet haben. Han kann Pichi getötet haben. Ja, Pachi kann auch Pichi getötet haben. Aber Vengard hat die ganze Zeit versucht, Tim Horos auch zu schützen. Das würde er dafür sprechen. Eieieiei, es ist so schlimm. Aber Han hat vorher auch probiert. Han hat sicher auch probiert. Han hat vorher auch probiert, Parzival zu schützen. Und Parzival hat auch Han geschützt. Nein, aber pass auf. Ich habe nicht Han geschützt. Das würde er eben kurz aussehen. Das würde er eben aussehen. Folgende Situation. Ich glaube, Vengard ist der eine, danach geht es weiter. Und ich glaube, Promata ist der andere, weil er hat auch gerade bei sieben versucht zu voten. Nee, nee, pass auf. Ich erzähle euch jetzt Folgendes. Ich habe es nicht probiert. Ich habe es geschafft. Nimm dich persönlich. Aber das Sicherste, was wir jetzt machen könnten, wäre Han zu voten. Nein. Doch, doch. Ich sage nur, warum Han. Ich sage nur, warum Han. Auch wenn ich nicht zu 100% glaube, dass du impossible bist. Aber ich sage dir, warum es das Sicherste ist, dich jetzt zu voten. Weil es gibt nur die Kombination, entweder Tim oder Vengard. Und wenn Tim raus ist, ist es sicherer, dich jetzt zu voten. Vengard ist 100% der eine. Und Parzival hat ja auch gehofft. Es war ein 1v1 zwischen Vengard und Parzival. Es war ein Pfoten zwischen Vengard. Wenn ihr jetzt nicht voten, bin ich so unglaublich vorn. Ohne Scheiß. Das ist nicht euer Ernst. Also da Han es jetzt nicht ist, wissen wir gleich, dass Vengard ist, es waren die Zweigen. Oh mein Gott. Okay, dann müssen wir jetzt gleich Vengard voten. Wenn es jetzt Romatra und Dings sind. Oh Gott. Ey, sauber. Ich habe noch voll die Verwirrung gestiftet, man. Ich bin ehrlich gesagt ganz happy. Viel mehr konnte ich fast gar nicht mehr machen. Ich meine, in der ersten Runde ist das, ey. Ja. Ja, Pazi war vor meinen Augen Nice, zum Glück bin ich mitgelaufen Nein, nein, nein Nein, 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 nein Ey, bitte glaub mir Nein, tu ich dir, Vengard Bitte glaub mir Pazi war das so dreist, den hab ich in der allerersten Runde Hallo, Vengard, du hast dir selbst komplett Du hast selbst komplett verschissen, weil da Han es nicht gewesen sein kann Beziehungsweise, wenn es Han war Dann musst du den Kill oben rechts gemacht haben Weißt du, was ich meine? Nein Und danach auch, tötest du an Oder war es zwischen dir und Han Pazi, weil ich zog dir doch nicht deine Scheinargumente aus dem Leib Nein, nein, ihr beide müsst gar nicht miteinander argumentieren Ich hab jetzt noch ein paar letzte Worte Ich will noch kurz ein paar letzte Worte sagen Das Ding ist, Han war sich vorher ganz sicher, dass es Vengard ist Das heißt, wenn ich jetzt Vengard vote und wir verlieren Bin nicht ich scholl, sondern Han, deswegen mach ich das jetzt Guter Call, gut ein Call Junge, Vengard wärst du damit Ey Pazi, weil seit der allerersten Runde Seh ich dich den Kill machen und der gewinnt noch Alter, das ist lächerlich Ja, ganz frech Also wirklich unglaublich Lächerlich Dass ich da jetzt noch gewinne als Impostor Ist Wahnsinn Ich bin auch schon Ich bin auch schon Jackie, nach dem